Liebe Zuschauer, willkommen zurück zum zweiten Teil. Unser Thema heute, das Wechselmodell. Herr Amberg, wir haben schon einiges darüber erfahren im ersten Teil. Jetzt meine Frage, kann das Wechselmodell dann gegen den Willen eines Elternteils ausgesprochen werden? Jein. Also 2017 hat der Bundesgerichtshof eine ganz wichtige Entscheidung getroffen und hat in der Tat gesagt, dass gegen den Willen der Kindesmutter in dem Fall das Wechselmodell zu diskutieren ist. Das ist also das Gericht, das durchaus anordnen darf. Aber das ist eine Entscheidung, die sehr oft missverstanden wird. Weil gleichzeitig hat der Bundesgerichtshof gewisse Kriterien aufgestellt, nach denen das geht. Und der Fall, mit dem sich der Bundesgerichtshof 2017 beschäftigt hat, war ein 15-jähriges Mädchen. Eltern haben über die Frage Umgang diskutiert. Mutter wollte das sogenannte Residenzmodell, also alle 14 Tage das Wochenende. Der Vater hat gesagt, nee, nee, ich will entsprechend wirklich einen wochenweisen Wechsel. Die haben in der Nähe gewohnt. Und der Bundesgerichtshof hat gesagt, Gericht, du musst dir das Kind mal anhören, weil das Kind muss nämlich ab dem dritten Lebensjahr in Kindschaftsangelegenheiten angehört werden. Das Kind ist kein Objekt von Kindschaftsverfahren, sondern Subjekt. Das hat der Bundesverfassungsgerichtshof auch mehrfach entschieden. Und diese Anhörung wurde nachgeholt. Und das Kind hat sich ganz klar für dieses Wechselmodell ausgesprochen. Er hat gesagt, also ich schaffe das auch zeitlich alles dadurch, dass die wirklich in unmittelbarer Nachbarschaft gewohnt haben. Funktioniert das? Ich kann dieselbe Schule besuchen. Ich habe und will Kontakt zu beiden Elternteilen im gleichen Umfang. Und in diesem Fall hat der Bundesgerichtshof gesagt, kann auch gegen den Wehen der Kindesmutter in dem Fall das Wechselmodell angeordnet werden. Also wenn das Kind sich definitiv dafür ausspricht? Unter anderem, ja. Okay. Welche Voraussetzungen bestehen denn für das Wechselmodell? Ja, und das ist nämlich die nächste wichtige Folge, Konsequenz aus dieser Entscheidung vom Bundesgerichtshof. Nicht nur, dass es gegen den Wehen angeordnet werden kann, sondern, wie schon angedeutet, der Bundesgerichtshof hat auch ganz klare Kriterien aufgestellt. Das erste Kriterium ist der Kindeswille. Ja, also das ist wichtig nochmal zu wiederholen. Es geht hier um das Kind. Deswegen muss das Kind beteiligt werden. Wir hatten schon das Thema Verfahrensbeistand, Anwalt des Kindes. Da geht es nämlich genau um die Beteiligung und das Thema Kindesanhörung. Das heißt, das Gericht muss sich die Mühe machen, muss das Kind anhören. Und wir haben ja auch schon eine Sendung zum Thema Gutachten gemacht. Wenn der Kindeswille strittig ist, haben wir eben da wiederum die fachliche Expertise, die Fachkenntnis von einem Gutachter oder einer Gutachterin, die herausfindet, herausfiltert, wie ernst zu nehmen ist dieser Kindeswille. Also das erste Kriterium ist Kindeswille. Zweites Kriterium ist, es müssen die objektiven Gegebenheiten vorhanden sein. Das heißt, eine räumliche Nähe. Es bringt nichts, wenn der Vater in Hamburg lebt und die Mutter in München. Da kann ich kein Wechselmodell durchführen. Dann das dritte Kriterium ist das wichtigste Kriterium. Wenn ein Kind wochenweise wechselt, müssen die Eltern mehr absprechen, als im Normalfall, wenn das Kind überwiegend bei einem Elternteil lebt und der andere Elternteil eben das Umgangsrecht am Wochenende hat. Das heißt, ich brauche nicht nur eine Kommunikations- und Kooperationsfähigkeit, sondern ich brauche eine gesteigerte Kommunikations- und Kooperationsfähigkeit. Jetzt können Sie sich vorstellen, wenn die Eltern sich wie verrückt streiten, wie so ein Betreuungsmodell ausschaut, was ja auch immer eine Belastung fürs Kind dasteht, wenn sie trotzdem streiten, 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 wie soll denn dann ein Wechselmodell funktionieren, wenn so elementare Fragen, wie soll denn die Betreuung vom Kind ausschauen, wie soll die Erziehung ausschauen und so weiter, nicht geklärt werden kann. Das heißt, diese Kommunikations- und Kooperationsfähigkeit ist ein ganz wichtiges Kriterium. Deswegen in meiner Praxis haben wir, wenn wir im gerichtlichen Verfahren sind, und es wird über das Wechselmodell diskutiert, habe ich zumindest noch nicht erlebt, dass das Wechselmodell gegen den Wehen von meiner Mandantin meistens angeordnet worden ist, weil der Streit ja schon gezeigt hat, dass dieses wichtige Kriterium der Kommunikationsfähigkeit, der Kooperationsfähigkeit offensichtlich nicht gegeben ist. Und das wird oft in der Diskussion vergessen. Es wird immer gesagt, 2017 hat der Bundesgerichtshof entschieden, es kann gegen den Wehen von einem Elternteiler angeordnet werden. Man muss aber das Urteil lesen oder den Beschluss. Und in dem Beschluss steht drin, nur dann, wenn eine gesteigerte Kommunikations- und Kooperationsfähigkeit besteht. Und jetzt gibt es so eine neue Tendenz, dass da wirklich die Theorie von Psychologen, muss ich sagen, vertreten wird. Man kann ja die Eltern auch zu ihrem Glück zwingen. Das heißt, wenn die gezwungen sind, aufgrund von einem Wechselmodell sich mehr abzusprechen, dann kann ich ja diese Kommunikationsfähigkeit herbeiführen. Leidtragende von dieser Denkweise ist meiner Meinung nach ganz klar das Kind. Und deswegen hat auch der Bundesgerichtshof entschieden, dass ein Wechselmodell nicht angeordnet werden kann, um diese Kommunikationsfähigkeit herbeizuführen. Wäre ja absurd. Also überlegen Sie sich, die Eltern streiten wie verrückt. Und Leidtragende vom Streit der Eltern ist immer das Kind. Das muss man sich mal klar machen. Und dann schicke ich das Kind quasi an die Front, in diesen Wechsel hinein. Und mit dem Ziel, dass irgendwann die Eltern es vielleicht mal kapieren werden, um sich besser abzusprechen. Also da hat Gott sei Dank die Justiz, die Rechtsprechung, in diesem Ansatz eine klare Absage erteilt. Herr Amberg, ist denn das Wechselmodell denn für Kleinkinder geeignet? Das wird sehr strittig diskutiert. Man muss sich mal die Statistik anschauen. Interessanterweise wird am häufigsten das Wechselmodell durchgeführt bei Kindergartenkindern, also bei Kleinkindern. Wenn man sich so aber ein bisschen mit dieser Thematik beschäftigt, tauchen da unterschiedliche Varianten auf. Und das sind Fragen, ist es für das Kind gut oder ist es nicht gut, ist weniger eine rechtliche Frage, sondern wirklich eine psychologische, pädagogische Frage. Und da gibt es so zwei, ja, total sich widersprechenden Theorien. Die eine Theorie sagt, ja, Kind braucht gerade in dem Alter beide Eltern teile und je mehr, desto besser und wieder aus Sicht der Erwachsene meiner Meinung nach das Gerechteste ist, wenn beide sich das Kind teilen. Also eine Woche da, eine Woche dort. Die andere Theorie, die für mich als psychologischen Laien, ehrlich gesagt nachvollziehbarer ist, ist die Theorie, dass das Kind ja gerade in dem Alter Selbstbewusstsein entwickelt, Stabilität braucht. Und jetzt muss man sich mal überlegen, wenn wir wirklich aus dem Koffer leben müssten, eine Woche sind wir da, die andere Woche sind wir dort, das, glaube ich, gefällt uns nicht so gut. Wir würden wahrscheinlich zum Ergebnis kommen, okay, ich komme nicht zur Ruhe. Das ist nicht so einfach. Und jetzt muss man sich das mal vergegenwärtigen, dass wir das einem Kleinkind zumuten wollen. Insofern generell würde ich das sehr kritisch anschauen. Es gibt aber bestimmt Fälle, wo dann wirklich wieder ideale Situationen gegeben sind. Wenn die im selben Haus wohnen, ja, und das kleine Kind muss eine Wohnung nach oben gehen, spricht sicherlich nichts gegen ein Wechselmodell, wenn die Eltern ansonsten sich miteinander gut austauschen können, an einem Strang ziehen. Wenn aber ein Ortswechsel damit verbunden ist, Heid ist für extrem kritisch, Frau Koblenz. Okay. Wir sehen uns nach einer kurzen Pause wieder. Bleiben Sie bei uns. Dann geht es weiter mit dem Wechselmodell.